Bud Verladerampen und Industrietore ist ein Familienbetrieb, der bereits seit 1974 Verladetechnik selbst produziert und vertreibt. Wir sind seit dieser Zeit kontinuierlich gewachsen und beschäftigen mittlerweile über 80 Mitarbeiter. Mehrere 10.000 Verladerampen, Überladebrücken und Industrietore haben unsere Produktion seither verlassen. Heute besetzen wir eine Spitzenposition im Markt, auch weil unsere Produkte immer für eine lange Lebensdauer konstruiert und für ihre Langlebigkeit bekannt sind. Von Beginn an haben wir von der Beratung, der Planung, der Konstruktion, der Fertigung über die Montage bis hin zum Aftersaleservice alles aus einer Hand angeboten. Auf dieses Know-how made in Germany legen unsere Kunden größten Wert. Bud Verladerampen, Jörg, guten Tag. Okay, anstatt der 600 mm Vorschulklippe die 1000 mm. Ja, prima, auf Wiederhören, Neubergang. Hallo, mein Name ist Alexander Stangriff. Ich habe bei Bud Verladerampen und Industrietore meine Ausbildung zum Metallbauer Fachrichtung und Konstruktionstechnik gemacht. Im Anschluss habe ich mein Studium zum Techniker absolviert und bin heute im Unternehmen im Vertrieb tätig. Durch meine praktische Ausbildung in den Bereichen Fertigung und Montage bin ich heute noch überzeugter von unseren Produkten und kann unsere Kunden heute optimaler beraten. In der Bud-eigenen Konstruktionsabteilung werden alle Bud-Produkte geplant, entwickelt und konstruiert. Diplom-Ingenieur Thomas Hillmann ist Konstruktionsleiter und konstruiert im Team individuelle Verladelösungen. Teambesprechungen bei Bud. Hier entstehen besondere Ideen für Verladelösungen. Letzte Detailbesprechungen mit dem Fertigungsleiter Werner Vossmann, bevor ein Auftrag in die Produktion geht. Alles beginnt mit dem Zuschnitt von großdimensionierten Stahlträgern und extra starken Stahlblechen. Auch die exakte Fertigung von Kunststoffbahnen für Torabdichtungen und Rampenanlagen gehört zum Fertigungsprozess bei Bud. Eine Bud-mobile Verladerampe im Entstehungsprozess. Qualität und Stabilität, die man auf den ersten Blick sehen kann. Jede Verladerampe wird individuell und nach Kundenwünschen von den Bud-Fahrkräften in unseren sieben Produktionshallen gefertigt. Wir fertigen unsere Produkte immer nach den Bedürfnissen unserer Kunden. Jedes Element, jedes Teil, jedes Produkt wird von Hand bearbeitet und gefertigt. Alle Verladerampen erhalten eine schlagfeste Lackierung, die in der Bud-Lackierstation aufgetragen wird. Alternativ ist für alle Produkte auch eine Feuerverzinkung möglich. Fertige Produkte werden umgehend mit dem eigenen Fuhrpark ausgeliefert. Weltweite Transporte werden von internationalen Speditionen übernommen. Vor der Auslieferung kommen alle Produkte in die Endmontage. Hier werden Aufbauten, Gitterroste, Hydraulik oder Sonderkonstruktionen montiert. Ein wichtiger Bereich im Hause Bud ist die Funktions- und Endkontrolle. Jedes Produkt wird vor Auslieferung überprüft und auf Funktionen getestet. Erst wenn alle Tests und Überprüfungen erfolgreich abgeschlossen sind, wird das Produkt mit dem Prüfsiegel versehen. Die mobile Bud-Verladerampe im Einsatz. Zeitsparendes, effektives Be- oder Entladen Ihrer Container, Sattelauflieger oder Waggons. Einfaches, schnelles und leichtes Rangieren und Verfahren mit dem Gabelstapler. Der gesamte Ladeprozess kann von nur einer Person abgewickelt werden. Der Bud-Sicherheitsradkeil mit optischem und akustischem Signal verhindert ein frühzeitiges abfahrendes LKW. Zur Vorbereitung reichen wenige Handgriffe für eine sichere B- und Entladung. Die elektrische Höhenverstellung der Bud-Mobilen Verladerampe. Für eine perfekte Anpassung der Rampe an den LKW eine integrierte Bud-Vorschubbrücke. Für zusätzliche Sicherheit sorgt die Bud-Licht- und Ampelanlage. Die spezielle feuerverzinkte Antirutsch-Gitterroste sorgt für sicheren Grip beim Auf- und Abfahren. Die integrierte Schwimmstellung sorgt für einen fließenden Übergang beim Be- oder Entladen. Unsere mobilen Trailerstützen garantieren einen sicheren Stand für abgesattelte Trailer. Unsere Produkte entsprechen allen Sicherheitsvorschriften. Sie werden gefertigt nach der EG-Maschinenrichtlinie und sind mit dem CE-Zeichen gekennzeichnet. Sie haben besonders hohe Ansprüche an die Tragfähigkeit? Zum Beispiel 50 Tonnen Traglast für die Baumaschinenindustrie? Mit Bud-Rampen ist das kein Problem. Nutzen Sie unser über 40-jähriges Know-how in der Verladetechnik. Wir lösen garantiert auch Ihr Verladeproblem. Alles klar. Tschüss. Untertitelung des ZDF für funk, 2017